Es beginnt mit einem leichten Stechen. Mit der Zeit wird der Schmerz größer und er geht auch nicht mehr weg. Der Schmerz wird also chronisch. Vor allem Sportler kennen das. Sicherlich auch ein bisschen einer der Gründe ist, dass die Menschen mehr Sport machen. Gerade in der Corona-Pandemie haben ja viele Menschen auch wenig andere Möglichkeiten gehabt und vielleicht auch ein bisschen wenig vorbereitet, aufgewärmt, gedehnt etc. Und dann natürlich auch, aber in einem geringeren Ausmaß, dass wir einfach älter werden und länger aktiv bleiben und unsere Gelenke das natürlich auch spüren. Der Freistädter Primar Christoph Pirkel hat sich auf das Schultergelenk spezialisiert. Der Chirurg operiert, wo andere aufgeben. Etwa wenn ein Nerv in der Schulter eingeklemmt ist. Das kann man sich so vorstellen wie an der Hand. Dieses Kabaltunnelsyndrom, das gibt es an der Schulter dann ebenfalls. Und es ist relativ kompliziert, diesen Nerv da freizulegen, weil er sehr tief drinnen ist, sehr weit hinten ist am Schulterblatt, in der Muskulatur. Und wenn der verlegt ist und blockiert ist, dieser Nerv, dann schrumpft er die Muskulatur und nimmt die Kraft ab, dann kann man nicht mehr den Arm heben. Das Schultergelenk ist das komplexeste Gelenk im Körper. Weil es nicht nur ein Kugelgelenk ist, das in alle Bewegungsrichtungen sich bewegen kann. Es gibt da die Verschiebung zwischen Kopf und Pfanne. Es gibt da das Schulterblatt, das sehr viel an der Beweglichkeit mit einwirkt. Niemand muss die Schmerzen aushalten, so der Arzt. Mediziner haben heute mehr Möglichkeiten, Schulterverletzungen zu behandeln. Zum einen mit Therapien und wenn das nicht mehr hilft, mit einer OP. Im Klinikum Freistadt setzen die Ärzte rund 80 künstliche Schultergelenke pro Jahr ein. Vor allem bei Abnutzungen, bei Knorpelschäden, bei ausgeprägten Knorpelschäden im Schultergelenk selbst. Gerade hier bei uns im Mühlviertel sieht man, das sind die meisten Menschen, die hier leben, die haben einfach immer eine schwere Arbeit gehabt und haben dementsprechend auch Abnutzungen in den Gelenken. Und dadurch kommt es dann auch zu chronischen Entzündungen in dem Gelenk. Aber nicht nur Mühlviertler kommen nach Freistaat, sondern Patienten aus ganz Österreich. Prima Pirkel operiert jährlich mehrere hundert Schultergelenke, damit die Schmerzen wieder weggehen.